Herzlich Willkommen zurück, Leute! Wir sind wieder beim Hotel bei The Walking Dead und unsere Mission lautet, erstmal mit allen zu reden und abzuchecken, wie die Lage jetzt ist. Wir reden mit Ben. Wie ist deine Wache gewesen? Natürlich ist das gut. Warst du öfter in Macon? Warst du niemals in Macon gekommen? Warst du niemals in Macon gekommen? Ich hatte nicht viel Grund dafür. Meine Eltern lassen mir das Auto in die Stadt auf dem Wochenende. Aber was ist in Macon? Es ist ein bisschen eine Waste Zeit im Vergleich zu Atlanta. Ich war in Macon. Oh. Ich wollte nicht sagen, dass es schrecklich oder was. Es ist super schön. Ich meine, nicht jetzt, aber ich hoffe, es war. Es ist... Ja, okay. Da wolltest du die Nummer rausreden. Äh, was heißt du von Lily? Was denkst du von Lily? Sie schreckt die Scheiße aus mir. Das ist eine rechtliche Sache, um dich zu fühlen. Ich bin nur überrascht, dass sie sich schnappen. Ich spreche mit dir später, Ben. Ich glaube, jeder hat Angst, dass sie irgendwann durchtritt. Okay, wir reden erstmal mit allen und schauen wir uns alles an. Und dann entscheiden wir, was wir als nächstes tun. Okay, wir reden mit Kenny. Hey, ihr zwei. Wie geht's? Wir sind okay. Nur ein bisschen Spat. Wir haben alle Schäden jetzt und ich mag es nicht. Es ist wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht dran. Ich bin sorry, wie bist du, Lee? Du musst dich bei Lily ins Zeug legen. Traut ihr allen hier. Äh, was die Waffen angeht. Ja, wir sprechen erstmal die Leute auf die Waffen an. About the guns. Don't you start. I just wanted to say, Kat, it's probably good, they make you uncomfortable. Thank you, Lee. But we need them. There's no doubt about that. Äh, traut ihr allen hier. Du musst dich bei Lily ins Zeug legen, wollen wir das wirklich sagen. Ja, ich glaub schon. You need to try harder with Lily. You guys gotta straighten this out. I don't know how straight we can get it, given all that's happened. So what then? Time will come, we'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. I'll talk to you later. Okay, mit Katja. Hi guys. Hi, Lee. Achso, wir können nur mit einer Person reden. Gut, ähm, hier gibt's keinen. Ich suche immer noch Duck. Okay, wir reden mit Clem. Clementine. Was machst du noch? What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See, it's the same. Um, kind of. Gefällt es dir hier? Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah, that'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Okay, okay, wir reden nochmal mit Lily. Hier. It's Lily's room. Lily's room, okay. Wir reden mal ein. I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? Ich wollte auf die... Du verlierst die Fassung, du musst dich abbringen. You have to chill out. You think? I'm not going to play the victim, but you and your buddy might have had a hand in my instability. Can I do anything for you? Haven't you... No. Yes. I could use your help. There's a traitor. Somebody. One of us out there. He or she or they have been taking things. Was hast du für einen Anhaltspunkt? For real. Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Count's off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Du scher. Ich werde mich umsehen, ja. Okay. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. If you don't find anything, I'm just going to assume it's you. Wir werden erstmal keinen beschuldigen, wir schauen uns einfach mal um. A mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. Um, I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective and I can be Dick Grayson. Robin, you're the Lord. That's Robin. I know who it is. Äh, du kannst helfen, wenn du sagst niemanden. Ja, okay. You can help. Don't tell anybody. Secrecy. Yeah, good. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Oh man, ey. Okay. Gut, wir haben die Taschenlampe. Wir fragen mal nochmal jeden nach der Taschenlampe. Okay. Hier gibt es, Doc wird helfen. Okay, sehr gut. Doc kennt da vielleicht ein paar Schlupflöcher, die wir nicht kennen. Ich denke auch über dich nach, worüber? Mir geht's gut. Ich denke über dich, auch. Unsere Gruppe ist klein. Du bist klein. Du bist ein Verkaufsgerichter. Carly, Jesus. Und ich denke, dass die Leute wissen müssen. Nicht, weil sie verdient sie, und nicht, weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Es ist ewig lang her, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Ja, ich habe ja mal am Anfang gesagt, wir sollen zu allen, ähm, ja. Wir sollen allen die Wahrheit sagen, aber vielleicht nicht so extrem. Ja, ich bin ein Mörder, sondern da war mal was. Ja, wir werden es den Leuten sagen. Ich werde es den Leuten wissen. Du bist total richtig. Gut. Ich denke, es ist für das Beste. Nicht kenne mich klein. Äh, sind Leute bereit, äh, für die Wahrheit? Fühlst du dich hier sicher? Fühlst du dich hier sicher? Schau mir ein Bad mit einem heißen Boden und einem High-Rise-Apartment und hande mir ein voll-bodiedes Malbec, und dann fühle ich mich sicher. Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir wissen alle, dass das in irgendeinem Moment verändern könnte. Ja, leider. Weiß sie über diese Tafellampe? Ja, es sind ein paar Übersetzungsfehler hier in den Texten drin, aber ich lese sie einfach mal immer so vor. Ich will ja nicht irgendwie klugscheißerisch wirken, also äh, was fällt dir zu Lily ein? Das ist ja noch richtig, okay. Gut. Wir haben mit Lily geredet. Wir sprechen mal Clementine auf diese Taschenlampe an. Hey, Clementine. Hey, Lee. Du hast nicht accidentlich ein Flashlight, oder? Nein. Sagte Duck, dass ich das? Nein. Hat ein Duck das Flashlight? Ich glaube nicht. Er ist immer immer mir für Dinge schützt. Wie was? Ein Bogen auf sein Pillow? Hast du das gemacht? Ja. Yes. Haha. Yes. Okay. Äh, du musst dir, äh, was? Ich muss dir was sagen. Claire, ich brauche dir für einen Moment zu sprechen. Okidoki. Ich habe eben... Ja, ich war... Ja. Der Tag, dass du und ich kennst, war ich in einem Auto-Affekt. Ich erinnere mich. Dein Fuß war schmerzend. Der Auto, in der ich war, war ein Polizofahrer. Und ich war auf meinem Weg zum Jail, um einen Krieg zu verletzten. Ich muss dir jetzt sagen, weil ich nicht möchte, dass du es in einem anderen Weg hören willst. Okay. Hast du nichts zu sagen? Ich glaube nicht. Du kannst, äh, zurück zu deinen Dingen. Gut. Ähm, Clementa begreift, was du getan hast. Ja, hoffe ich mal. Gut, ähm, wir, äh, reden mal. Es ist möglich, dass Bensi kaputt gemacht hat, glaube ich mal. Okay, dann war es er wohl nicht. Okay, wir schauen uns mal das, äh, das Wohnmobil an. Ich hoffe es mal. Okay, wir reden nochmal mit Ben. Ich muss dir was sagen. Hey Ben, ich muss dir was sagen. Shirley? Ist es über meine Beine? Ich versuche, einen guten Job. Du machst es gut. Ich bin ein verrückter Mörder. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war, äh, auf meinem Weg zur Prisone, bevor dieses. Wow, wirklich? Was, ähm, warst du da? Es ist nicht wichtig. Oh. Just, if you hear anything, it's probably true. And now you know. Thanks for trusting me, man. I, äh, I... Ben, relax. Okay. Okay. Gut, äh, wir reden nochmal mit Katja und und Kenny. Wir reden einfach mal mit denen. Kenny, hast du mal einen Moment, äh. Ah, wir können mit denen Einzelne reden, okay. Äh, weißt du was über die Taschenlampe? Do you guys know anything about this broken flashlight? Fuck. We don't got many of those. Yeah, it's a problem. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot though. Okay, wir reden erstmal mit Kenny. Kenny, you got a second? I need to tell you something. Sure, pal. What you got? Warum reden wir nicht mit den beiden gleichzeitig? Nein, ich hab jemanden getötet. Ja, wir sagen nicht gleich, wir haben irgendwen getötet. So, nein, nein, wir waren auf dem Weg ins Gefängnis. I was, äh, on my way to prison three months ago. No shit. No shit. No shit. It wasn't for touching kids, was it? Oh, man, come on, man. What? I gotta ask. No. I killed a guy in a fight. Hmm. It must have been a real piece of shit if you had to haul off and kill him. So we're straight there. Lee, look at everything this mess has got us doing now. I'm sorry you went through whatever you went through. Yeah, we're straight. Das klingt aber nicht überzeugend. Kenny weiß seine Ehrlichkeit zu schätzen. Ja, wir sind einfach mal ehrlich. Katja, kann ich mal kurz... Oder rennen? Sagen wir es ihr. Nein, Kenny wird es ihr schon sagen. Okay. Kenny wird das schon regeln. Okay. Gut, wir könnten uns hier noch was anschauen, oder? Das Tor könnten wir uns anschauen. Ach so, okay. Und mit diesem Anblick des Tors bedanke ich mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Ciao.